Betreten Sie Seattle! Ja, und damit hallo ihr Süßen und willkommen zurück zu Infamous Second Son. Ich freu mir! Ach, ich kann ja gar nicht springen, ich rück hier grad rüber. Ich kann gar nix machen, ich kann nur dem Reggie folgen. Ich kann auch nichts aufsagen. Achso, ich soll ja keine Aufmerksamkeit erregen hier. Dann, ähm, werden wir ihm mal ganz flammform folgen. Wie lange war ich gleich weggetreten? Eine Woche. Wow. Oh, eine Woche pennen, ey. Ich dachte, das ist alles in nur... Jupp. Ich war nicht fleißig. Eine Woche pennen, ey. Best ever. Sobald wir durch sind, melde ich mich bei ein paar Kollegen. Vielleicht kriege ich Zugriff auf die Polizeidatenbanken. In der Zwischenzeit hättest du dich aber bitte bedeckt. Könnte sie erschrecken, wenn ich mit einem... Ich geh mal hier durch. Okay, Mr. Boss. Ach, jetzt kann ich dir... Ah! Die haben mir die Tür zugemacht. Wie unfair. Das ist eine registrierte Schusswaffe. Ich bin Polizist. Natürlich, die drei. Das ist der Bus. Das ist mit zu seinen Freunden. Okay. Jetzt alle mal die Hand heben. Wer denkt, das geht hier schief? Ihr, ihr, ihr! Okay. Naja, ist auch kein Conduit, ne? Teststation. Was testen die denn da? Einmal die Hand auflegen, oder was? Ah. Okay. Wie? Ach Gott! Mit dem Touchpad muss ich denn da rauf, oder was? Ups. Aua, Edge. Hätte ich auch die linke Hand nehmen können. Upsi! Die Lache. Best ever, ey. Ähm. Ähm. Guten Tag! Oh, Entschuldigung, Reggie. Was hab ich da jetzt gesehen hier? Ach gut. Okay. Warum mach ich da ein Käfig auf? Guten Tag! Ja, man soll immer alles rauslassen. Das ist schlecht, alles für sich zu behalten. Was? Wer ist auf dem Türm? Wer bist du? Ach, du bist nur... Was seid ihr? Oh, Gefangene. Warte. Ey. Ah, falsch. Ich hab in die falsche Richtung gestrichen. Es, ähm... Tut mir leid. Das ging ihm grad so schnell. Sind hier noch welche? Hm? Hm? Versuche ich erst mal umgucken. Ey. Ähm. Na, ich bin voll in den Käfig. Wie war das jetzt hier nur? Ja. Erst mal alles hier zerstören. Gibt's hier keine Barrikaden mehr. Ich bin dafür, dass die Mauern abgeschafft werden. Ich weiß, wie es ist. In so einem fucking... Oh, ich hab sogar was freigelegt. Hätte ich ja jetzt nicht gedacht, aber das nehmen wir gerne mit. Ja, wartet mal da hinten. Wir kämpfen gleich. Ich muss erst mal hier gucken. Wusste ich überhaupt nicht. Ich wollte das einfach nur einreißen. Weil, ne? Die Mauern müssen weg. Die Mauern müssen weg. Ich als, äh... Alter DDR-Hase hier. Ich weiß, wie es ist, eingesperrt zu sein. So. Weiter geht's hier. Wer will auf die Fresse bekommen? Ich bin hier grad total in Kampfeslust. Ihr kleinen Säcke, hä? Ja, Susi mag das. Selbst die Katze mag das. Hey, Katzi. Meine Katze muss jetzt, ähm... Katze wag es jetzt nicht, an die Tür zu gehen und rum zu jaulen. Du willst raus. So mal. Oh. Wann verschleiden die da mit brennenden Steinen, oder was? Filsbrocken? Es hackt ja wohl. Oh. Zivilist exekutiert. Das wollte ich nicht. In meiner Rage seh ich doch nicht, wer hier Zivilist ist und wer hier... Du bleib doch mal stehen. Das ist nur ne Kette. Ich wusste es. Ich wusste es. Meine Katze miaut jetzt. Wie du gesagt hast, ich halte mich bedeckt. So. Ich sag euch, Leute. Wenn ihr Tiere habt, ne? Die wissen ganz genau, wenn ihr irgendwas Dringendes machen wollt. Die funken euch dazwischen. Das ist so. Okay, hier können wir Leute helfen. Wir wollen ja unser Karma verbessern. Was ist hier noch? Oh, was? Da ist ein Auto! Zum Rauchen. Ich rauche gerne Autos. Das ist extra gut für die Lunge. Ich glaube, mein Mikrofon sitzt nicht richtig. Kann sein, dass ich ein bisschen... Warte mal. Das ist hier voll scheiße. Gott. So. Wo muss ich denn hin? Was muss ich denn jetzt hier machen? Wo sind die ganzen Leute? Hallo? Aber wir kommen hier auf jeden Fall durch. Oh. Kommst du denn her? Okay. Achso. Oh. You need help? I give you help. I give it to you. Was ist das da für ein gelber Punkt? Ach, das bedeutet Rauch oder was? Komme ich hier irgendwie hoch? Oh ja. Nein. Oh ja, nein. Oh, oh. Nein. Doch. Oh. Ach nee. Bedeutet der gelbe Punkt? Ja, ja. Verfolgerdrohnen. Ganz wichtig. Und so. Willst du mich verarschen? Blöde Drohne, Mann! Ey, die fackelt aber hoch. Komm jetzt. Na. Gib mir deine Scherbe. Ich geb dir meine. Aha. 84% von Queen Anne. Wat? Ah. Das gelbe Pünktchen bedeutet immer rauf oder was? Was ist das grüne da hinten? Wartet mal kurz. Ich bin ja so. Das bedeutet Gegner? Was ist was grünes auf dem Radar? Ich komme mal zu euch rüber, Leute. Man muss doch. Oh. Wollten sie sich ergeben? Ihr wolltet euch ergeben? Ich hab's gesehen. Ja. Besser ist. Hier. Wartet doch mal. Oh Gott. Warum leuchten die so? So. Ja. Müssen wir denn... Ich weiß ja nicht, wo wir hin müssen. Was ist das da hinten? Was? Sie haben die Mobility-Jubi-Kommando-Zentrale nicht zerstört. Ich wollte doch zerstören. Wo bin ich denn jetzt? Ist das... Wollen wir mich jetzt da hingeführt oder was? Okay. Ich muss mich an die Mission halten. Ich dachte so ein bisschen Open World. Das schadet doch nicht. Ich mach ja alles, was ihr mir sagt. Aber ein bisschen Freiraum muss man mir auch lassen. Also hier muss ich rein in das Gebiet oder was? Ja, passt schon. Mach mal. Hier, wie gesagt, hier... Ich habe Zugriff auf die Polizeidatenbank von Seattle. Wie es aussieht, hat das D.O.P. seine Augen und Ohren überall. Watz, D.O.Dingsbums hat seine Augen und Ohren überall. Weg dich. Wer schießt mich da hinten so hart? Nicht mehr so gut verfolgen. Ich habe bald keinen Rauch mehr. Ich glaube... Ja, ich weiß. Komm ich hier rauf? Nee, das ist so ein Vorsprung, da. Das sieht so Panne aus, ey. Hier, ich habe da irgendwas Rauch. Das ist doch gut. Komm ich hier rauf? Da ist Rauch. Nein, hör mal auf mich zu beschissen. Hör mal auf mich. Aua. Aua. Da ist Rauch. Zieh ab. Wo ist er? Wir waren doch eben gerade da, ne? Alter, können die gut zielen. Die Wohnung lernen, ja. Ihr könnt mich mal... Was muss ich denn hier überhaupt machen? Warte mal. Ihr musst da in die Bitte, oder was? Warte mal. Geh mal da hinten hin. Wuii. Nein, nein, nein. So. Bisschen Rauch einsaugen. Hallo. Wo bist du denn? Das ist nicht nett. Absolut nicht nett. Wo bin ich denn jetzt hier wieder gelandet? Oh. Oh. Kommt ihr denn her? Oh, das tut man... Oh Gott. Hier ist ne Scherbe. Das fühlt sich gut an. Das ist schön, dass mein Rauch dann gleich voll ist. Wartet. Ich will wieder nicht weiter hier. Was bist du denn? Rauch zu. Okay. Also auf jeden Fall muss ich da irgendwie in die Mitte, wa? Warte mal. Die Truppen soll ich besiegen, steht da rechts. Mach ich denn noch. Wieso? Ich betrete den Speerbezett. Soll ich doch... Also... Na! Ich muss mich gleich wieder verpieseln. Sterbt! Na. Also sterbt nicht, aber... Oh. Oh, ich gehe ja manchmal nicht anders. Ich baue mal kurz Rauch. Ich fühle mich hier schon richtig wohl, ey. Oh, ey. Habe ich doch was gesehen. So. Wer ist denn noch hier? Warte mal, was klärt er denn hier hoch? Ey, es ist ein bisschen schwer, ähm, ihn unter Kontrolle zu halten. Muss ich sagen. Also der geht ja ab hier wie Schmitz Katze, der Kleine hier. Da ist noch eine... Denk dran, finde die mobile Kommandozentrale und zerstöre sie. Dann haben wir es leichter. Die Kommandozentrale? Okay. Boah, wir sind aber alle tot, ne? Ah. Okay. Das blaue da auf der Map bedeutet Gegner? Was für ein Hauptenergiecamp? Weiß ich, was ich gerade sehe, sind... Achso, ja. Ich werde laufen. Sogar oben. Aber ich muss erst Rauch holen. Kommt der hier hoch? Geh mal hoch hier. Tu mal nicht so, als ob du das nicht könntest. Ja. Saug es ein. Wir sind doch noch irgendwie Gegner oder so, ne? Lass mal los. Geh mal... Oh ja. Bock, die wollen sich gleich ergeben. Sind nicht klasse. Und denn hier ist doch noch einer, oder? Wir gucken mal. Da. Ja. So. Wo ist denn jetzt dieser... Okay. Okay, hoch. Oh, muss ich gedrückt lassen? Okay. Wir hin. Das geht echt ab, ey. Das ist so, so... Ah, das macht richtig Spaß, mit dem in der Gegend rumzulaufen. Aber irgendwelche Knöpfe zu drücken und der macht dann das auch. Du bist wohl die Verstärkung. Oh, das ist so, glaube ich, für mich verpissen, oder? Die anderen sind mir definitiv lieber. Oh, das ist so, wie schießen jetzt hier noch andere? Wie kriege ich die denn weg hier? Oh, oh. Ich hänge hier irgendwo fest. Ich bin mal kurz weg! Mann, der kommt ja hinterher! Der kommt hinterher! Okay. Nein, nein! Stirb jetzt nicht! Oh, alter! Kommt der! Wo ist der? Alter, wie schnell der rennt! Wie kann so einer so schnell rennen? Ja, ich mag dich jetzt auch schon. Hör mir Arsch, ist der nervig. Mann! Ich brauche Rauch. Machen wir erst mal die Kleinen da weg, ne? Wo ist der? Wie lange hier nicht auf einmal neben mir steht, ist alles okay. Ey, hör doch mal auf, hier zu werfen. Mein Arsch offen, alter. Versteck dich doch nicht! Also gut, ich versteck mich ja auch, aber... Du hast ja gewisse Vorteile da. Oh, wie schnell der rennt! Müsst du wirklich ja runter, aber... Der macht ja innerhalb Sekunden aus mir Hackfleisch. Ich brauche Rauch. Komm ich hier hoch? Oh! Jo! Schieß mich hier oben an! Kannst du wirklich gut... Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Nein! Ich muss ja runter, ne? Da ist noch ne Drohne! Ne Drohne! Wo ist die denn jetzt hin? Ach, die suchen wir nachher erst mal den Typen. Wo ist er jetzt? Ist er unter mir? Was, 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 was? Hehehehe! Krieg ich seine Minigun? Alte! Dieses Handy-Geräusch, ja! Mir fällt gerade ein, die DUPs haben doch alle Betonkräfte, stimmt's? Also musst du sie nur einem von ihnen abzapfen und wir können nach Hause. Tja, und wenn das nicht klappt, heißt das, du hast dich geirrt und wir können trotzdem nach Hause. Fänden sie den großen DUP-Agenten und erziehen sie seine Kräfte. Okay. Ah, Mist. Und? Hat's geklappt? Ah, kann ich gerade nicht sagen, Mann. Hier kommen DUPs aus allen Richtungen. Dann müssen nichts wie weg da. Ja, tolerant. Was? Mobile DUP-Kommandozentrale zerstört. Viertelbelohnungen. Queen Anne, Nebenmissionen jetzt verfügbar. Auf Karte angezeigte Explosionsscherben. Queen Anne, Respond Punkt freigeschaltet. Der Kampf um die Befreiung von Queen Anne hat gerade erst angefangen. Fügen sie den DUP-Truppenbefestigungen und der Überwachungsausrüstung genug Schaden zu, um einen Viertelfinalkampf zu provozieren. Beseitigen sie das DUP, um ein Schnellreiseziel in Queen Anne zu erhalten. Das erinnert mich irgendwie voll an GTA San Andreas, wo man dann so eine Viertelkämpfe gemacht hat. Was zum Henker? Mission abgeschlossen. Fünf Upgrades verfügbar. Gut, wir sammeln jetzt erstmal alles ein, was hier so rumliegt. Äh, ich hatte doch nur eine Drohne gesehen, oder ist das jetzt... Nee. Aber du kannst rausfinden, wo die alle sind. Klar, wie gesagt. Gut, schick mir ihre Positionen auf mein Handy. Nee, nee, nee. Damit du noch mehr Krass abschaffen kannst. Nein, vergiss es. Boah. Mein eigener Bruder will das gegen die Schuhe. Wie gesagt, also ich schaue mich jetzt erstmal um, was es hier noch so alles gibt. Mit schwachen Kräften. Das habe ich nicht gesagt. Der blinkt auf. Ja, dann sollte ich wohl keine Zeit verlieren. Ich glaube, die, die so blinken, die haben aufgegeben, oder? Ich glaube, du musst einfach hinter mich bringen. Wer weiß, wie das ist das für ein blaues Ding da? Okay, okay, schon gut. Willst du hier hoch? Ich will hier hoch! Hier ist irgendwas blaues auf dem Dach. Warte mal. Ach nee, ich brauche keinen Rauch. Ein Schrank ist zwar kein Hindernis, wenn du vom Wett, aber nett, dass du mich einsperren willst. Blasch mich durch. Hä? Das bedeutet doch nicht hier Rauchabzug, oder? Warte mal kurz. Wuh! Gott, was war das denn? Hä? Nee, die Überwachungskameras bedeutet das auch nicht. Was bedeutet das Blaue hier? Oh. Gott zum Henkel. Warum schießen die auf einmal auf mich? Hä? Oh, Entschuldigung. Hä? Ich habe mich eben gerade die ganze Zeit gewundert, was das Blaue da bedeutet. Und auf einmal werde ich hier angegriffen. Hier ist es nicht Papier dabei. Ich gehe nochmal ganz kurz nach oben. Oder auch nicht. Mann! Achso, warte mal. War hier nicht ein Schornstein hier? So. Das ist genau hier, oder? So. Komm ich hier noch hoch? Ich will hier oben nochmal gucken. Hier hoch? Wie ist es so? Komm auch hier. Nee. Ich weiß nicht, was das Blaue bedeutet. Aber irgendwann werden wir es herausfinden. Das bedeutet doch nicht der Schornstein, oder? Oh, je, je. Ich glaube, hier ist auch nichts mehr in dem Viertel, ne? Ich hoffe, ich übersehe hier nichts. Ich glaube nicht. Ist doch schon wieder so eine Kamera. Ja. Kamera ist weg. Okay. Achso. Dann kann ich ja meine Kräfte hier noch verbessern, ne? Ich habe jetzt neun Scherben. Rauch haben wir ja schon. Der Rauchschuss. Was ist das? Asche-Explosion kann ich verbessern. Schwefel-Volltreffer. Okay. Den Rauchschuss. Wie viel muss ich da investieren? Eine Scherbe. Karma Stufe 2 brauche ich. Achso, na gut. Das habe ich schon. Rauch entziehen. Nächstes Upgrade erhöht die Rauchenergie-Kapazität. Oh ja, das mache ich auch. Das darf ich auch wieder nicht. Och, Menno. Was ist das? Doppel Luft springt. Was ist denn die Luft springt? Hör mal ein, um den Boden zu gelöhnen. Aha. Schnelles Inziehen. Rauch wird doppelt so schnell. Ist auch nicht schlecht. Doppelt so schnell ist gut, umso schnell sind wir Schwefel-Volltreffer. Gut gezählte Rauchschüsse lassen Feinde unkontrolliert husten. Hustende Feinde können mit Dreieck besiegt werden, um gutes Karma zu erhalten. Ja, das nehmen wir auch nochmal. Gut. Joa. Ich denke mal, das war es für heute. Ich weiß noch nicht, wo ich jetzt hier als nächstes hingehe. Hier ist ja schon wieder ein rotes Gebiet. Joa. Dann werden wir uns das mal vorköpfen beim nächsten Mal. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann... ...in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.